Wie gefällt Ihnen der Salon 2010? Ich finde den fabelhaft. Wenn man den aufschlägt vor ein paar Tagen, man kann nicht enden. Ich habe ihn bis zur letzten Seite durch, nicht nur geblättert, gelesen. Es ist zu schön. Der Salon ist ein wunderbares Heft. Und wie, ich sage es schon, das dritte oder vierte Jahr. Wunderbar. Ihre Schwiegertochter, die grandiose Schauspielerin und heuer Federer, Sunni Melles, sie hat das Titelbild. Ist in der Familie darüber gesprochen worden? Haben Sie abgestimmt, welches Bild genommen wurde? Nein, überhaupt nicht. Da würde sie uns nie fragen. Bestimmt sie und wunderbar. Nachdem es Karl Lagerfeld gemacht hat, ist es großartig. Aber Karl Lagerfeld ist ja schon, in einer Riege zu nennen, mit der Fürstin Mani zu sein. Wittenstein, wenn es um die Fotografie geht. Kabelhaft. Er ist ein Eitler. Ich habe heute in meinem Buch rein ein Bild, was 20 Jahre alt ist. Bei mir ein Fuschel. Nein. Keine Rede. Er will nur jetzt, wie er jetzt aussieht. Nicht früher. Wird es heuer ein ganz kleines, privates Essen in Fuschel geben? Viele kleine, nicht eins. Viele kleine. Ich habe schon geplant, jetzt habe ich am 8., eins, am 10., eins, am 12., immer so 20, 30, 40. Dann wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Festspielsommer. Danke, danke. Danke.